So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Meat Boy. Letztes Mal waren wir in The Hell und sind beim 10. Level stehen geblieben. Und, ja, ich würde dann sagen, dann gucken wir mal, was sich das 10. Level so ausgedacht hat und versuchen heute relativ weit zu kommen. Vielleicht auch noch später noch die letzten A-Plus-Szenen in der Welt holen und, ja, würde ich mal sagen, ab geht's. Äh, Ichi, ja genau, ja, nehmen wir mal den hier. Ich habe gerade schon einmal kurz das Level angezockt, weil ich habe gerade schon aufgenommen, aber dann kam meine Mutter rein und dann, ne, deswegen. So, ab hier weiß ich leider nicht, wie es weitergehen soll. Ich weiß gar nicht, ob wir letzte Part auch schon mit Portalen hatten, auf jeden Fall. Jedoch hatten wir eins, ja, wir hatten eins mit Portalen. Das weiß ich noch, Jans, you know. Fuck. Ja, genau. Nein. Ich muss schnell gehen hier, so. So, dann werde ich gleich auch noch wieder Two Worlds aufnehmen. Das habe ich jetzt wirklich letzte Zeit vergessen, alles mal aufzunehmen. Ach, ich muss wieder so vieles aufnehmen, ich will jetzt endlich mal wieder ein bisschen Freiheit auf meinem PC, ach, auf meinem PC, auf meinem Kanal haben. Was war das denn? Ein bisschen Freiheit auf meinem PC, ach, Schweder-PC? Nein, mein Kanal meine ich. So, von wegen... Was ist das? So, von wegen... Gut. Äh, Projekte und so, dass ich, ich habe ja jetzt irgendwie vier Stück am Laufen oder so. Okay, Isaac ist halt jetzt hier wirklich toll. Nicht wirklich ein Projekt, aber... Trotzdem, ähm, das war jetzt Skilled, ich wusste jetzt nicht, was ich gemacht habe. Ja, geschafft. Ah, Plus. Gut, nächster Level, äh, WTF. Komm mal hier raus. Ach so. Hä? Hä? Okay, das war jetzt... Blup. Nein. Äh. Wie soll das denn jetzt funktionieren? Wie soll das funktionieren, hey? So, dann... Nein. So, dann so, dann da rein. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es weitergehen soll. So geht's nicht. Anscheinend. Ach so, ich glaube, ich weiß. Dumm, dumm, dumm. Einfach so. Jetzt heißt er wieder hier rein. Und... Ach, zap. Nein. Scheiß Meat Boy. Nein, er war fehl. Nein. Und... Zack. Und... Boom. Und... Zack und zack. Und komm, Abfluss. Sauber. Gut, was ist... Was ist das denn? Hm, genau. Fuck it. Lottet schmissen, Junge. Okay, ich weiß auf jeden Fall, wie das gehen soll. Und zack. Gut. Dann WTF. Äh. Schlüssel. Jetzt war die Schlüssel. Jetzt habe ich die Schlüssel. Nein. Nicht den Schlüssel. Nicht den... Nein. Scheiß Schlüssel, Mann. Zack, 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 zack. Und... Nein. Zack, 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 zack. Und zack. Und... Nein. Hier kommt, töte mich. Zack, 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 zack. Jetzt reizt es einen doch schon, Abfluss zu bekommen. Zack und zack und fick dich. Und... Entschuldigung. Und zack und zack und zack. Jetzt komm. Nein. Jetzt habe ich den Schlüssel einmal so perfekt gefockt und springe direkt in so ein Scheißloch. Nein. Zip, zip. Ah, toll. Nein. Mann. Jetzt ist noch ein Schlüssel. Hör mal. Nein. Nein. Nein, da hat er keinen Abfluss, aber egal. Was ist das denn? Ja. Genau. Übertreib es doch einfach mal hier. Wie soll das gehen? Ja. Na, hör mal. Kann ja gar nicht gehen. So. Okay, jetzt. Und plopp. Und plopp. Wow. Genau. Zip, zack und zack und zack und zack und zack und... Oh, da war gut. Das war nice. So, dann... Was ist das denn jetzt hier? Was ist das denn für'n Scheiß? Ja, genau. Boah, was ist das denn für'n Scheiß? Sauberablos. Ja, wie soll man das denn? Ach so. Ja, okay. Äh. Ah, okay. Nein. So. Irgendwie soll das funktionieren. Okay. Oh, du scheiß Höhlenhund. Hui. Ah, okay. Nein, ich muss da... Da darf ich nicht rennen. Oh. Ah, okay. Okay. Du. Hübs und zack und zack und zack und... Wupp und zack und fail. Ach so, okay. Ich kann doch einfach... Ich glaube, ich hab's jetzt... Wie ich das am besten machen kann. Ich kann uns einfach hier rein und... Hüpf, wollte ich sagen. Nein, nein, nein. Nein, so mach ich das doch nicht. Ähm. Und... Go. Sauberablos. Gut. Nächster Level wird das dann. Nein, wieder der behinderte. Okay, der kommt wohl da durch. Ja, das ist mies. Das ist... Das ist sehr mies. Weg. Na, genau. Ich dachte, der sieht mich nicht mehr. Boah, ist das mies. Na, egal. Ich mach jetzt dann hier auch den Part Schluss. Und, äh, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.